Und damit I'm a savage, yeah Und herzlich willkommen zu meinem Video auf diesem Kanal Ich hab mal wieder ein paar OmelTV Clips Ich hab mal wieder ein paar OmelTV Clips bei euch zusammengeschnitten Die ihr gehört dann wieder präsentieren werde Also, viel Spaß damit Ich küsse euer Herz Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt Checkt auf jeden Fall meine Soul Shits aus Sehr wichtig, mach das Und schaltet auch wieder in den nächsten Mittwoch rein Und damit Raus geht Kuss Ja, wir haben's wahrscheinlich gerade halb 3 Und ich nehm OmelTV auf, oder? Moooooooo Bisschen Cringe, Brody Ich seh schon kaum am Ende des Videos, werd ich sagen Dass ich es bereuen werde, jetzt aufgenommen zu haben Was geht? Warum bist du um halb 3 noch wach und bist auf OmelTV? Ich kann nicht schlafen Also du sagst sie, komm, auf entspannt holst sie dann die komplette tägliche Fure von, äh Ja, nackten Männern über 40 ab Hier hat einer eine Puppe gepfickt Eine Puppe? Okay, das hab ich jetzt ne Vibreda erwartet, ja das geht ja sogar noch Das sah aus wie so ne Puppe für so Klamottenladen Schaufenster Puppe Hast du nen Link? Nein Okay, bei 2000 Likes fapp ich nächstes mal auf OmelTV mit Cam Äh, sprechen, sprechen russisch Russka, paninaisch russ Da Deutsche, Deutsche, du Deutsche Bist du deutsch? Nein, ich bin Ausländer Ey, wenn wir heiraten, kriegst du deutschen Pass, ne? Ich habe schon deutschen Pass, bruder, brauch ich nicht Das versteht er, perfekt Digga, er versteht kein Deutsch Leute, Pass, erst direkt am Start Willst du meine Hose sehen? Ich hab die heute bestellt Das ist ne Weihnachtsmannhose Die ist fresh, Digga Ja, oder? Die ist übel cool Ich mag die Die ist gemütlich Ich bin gespannt, ob du es auch so süß Jingle Bounce, Jingle Bounce, Jingle Fuck Ah! Hi Na Was, 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 was ist das? Ey, kurze Frage Du siehst ja ziemlich beschissen aus Willst du meine Hose bewerten? Okay, einfach sagen, wie du es findest Nicken, wenn es cool ist und dabben, wenn es was scheiße ist Findest du die cool? Bitte dab mal kurz Ja, okay I am the one, no way your time no Perfekt, danke dir Dior Kann ich dir nochmal kurz meine Hose zeigen, die ich gerade neu hab Und die ist so ziemlich cool, würdest du sagen, die ist sehr cool? Ich will dir auch meine Hose zeigen Du kannst mir gerne auch zeigen, wie du ohne Hose aussiehst Kennst du Juice WRLD? Ja, man Kennst du Travis Scott? Ja Kennst du... Tupac? Hast du es gerade gefragt Kennst du Sagma? Nee Sagma Dick Alter Mark Forster Damn Hallo Guck mal, ich merke schon, du bist so ein Guy Du hast gerade hier so ein Girl Febst gerade Auf einmal kommt dann das Gesicht Ist ja noch besser Du bist 70 Hi Hi Okay, was geht? Nicht viel bei dir Warum redest du so? Irgendwie ob ich ne... Nein, da war mal Forster Du hast da noch Konfetti Kannst du das Pornhub Intro? Finde ich nicht Finde ich nicht Kennt ihr das Pornhub Intro? Kannst du das spielen? Kannst du das? Ich höre das jeden Tag, aber nein, kann ich nicht spielen Oh, was? Oh, schade Na, alles gut Hast du eventuell Lust auf ein paar akustische Verwöhnungen? Na Ich mach noch so 10 Minuten einiges Ich mach noch so 10 Minuten einiges Da kommt Mark Forster zum dritten Mal Bruder Wie oft will er mich jetzt noch in meinen Träumen verfolgen? Dreh die Krüger in meinem Schlaf Okay Jungs, Tag Nummer 2 Ich dachte mir ein zweites Mal Setzt du dich hier hin Ich hab mir jetzt die Haare gefällt Ein paar Leute von meinen Freunden meinten, dass es nicht so geil ist Wie findest du es so? Ich würde gerne mal eine ehrliche Meinung Was machst du da? Hab schon ein besseres gesehen Okay Es ist actually keine Verrücke Ja, und actually bin ich Braunhaare Hey, du hast da zwei Girls am Start, oder? Ich hab mir jetzt so kurz um die Haare gefärbt Und ich hab da von meinen Kollegen schon so ein bisschen Kritik bekommen Wie findest du es jetzt so? Was würdest du sagen? Gönn dir einfach, mach was du willst So, scheiß drauf, mein Lieb noch einmal Ja, aber findest du das gut, oder nicht? Das ist ja die Frage gerade Es juckt doch nicht, wie es ich finde Solange du es geil findest Ja, ja, aber ich würd's ja wissen Ich find's ja Ich weiß nicht, wie ich's finde Ja, ich auch nicht Was sind eure Pronomen? Was sind Pronomen? Ja, bist du... Was... Perfekt, Digga Hi! Hallo! Du bist lustig! Und das soll jetzt soweit mit dem Video gewesen sein Wenn ihr Bock auf mehr von diesem Content habt Dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da Und schaltet auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder ein Zu nem neuen Video Wär echt süß Wirklich? Checkt sonst gerne meine Socials aus Und... Abonniert einfach! und da ist mir Pulitzer Viere gesch appel Vom Vertragne, die Apo EDIkl Borges Vielen Dank.